Wie ein geflügeltes Pferd gleitet die Pegasus durch die Ostsee. Die Segeljacht Pegasus ist durch ihr Spezialrick mit laufenden Backstagen und ihren Hightech-Segeln besonders schnell. Bei drei bis vier Windstärken erreicht die Pegasus mit ihrem 155 Quadratmeter Spieblister auf die Zehn-Knoten-Marke. Das gefällt mir besonders gut, weil es so schön ist, diese Farbe, diese große Blase am Himmel, das finde ich immer unglaublich, vor allen Dingen bei so einem Wetter. Die Pegasus hat sehr schöne Kojen, also immer getrennt, man schläft nicht in einer Doppelkoje mit Fremden zum Beispiel, wenn man alleine eine Kojencharter macht, sondern hat eben getrennte Betten, sage ich mal, das finde ich persönlich sehr schön. Ansonsten gibt es zwei Toiletten, das ist auch sehr schön, zwei Toilettenräume, man kann unten duschen. Die Toiletten sind elektrisch betrieben, man muss nicht mit der Hand pumpen. Segelreisen Hering arbeitet nur mit erfahrenen Schiffsführern zusammen. Ob Segeltechnik, Wetterkunde oder Seemannschaft, keine Frage bleibt unbeantwortet. Für Skipper Jürgen liegt das Geheimnis des Segelns in der Ruhe. Ich mag es eben auch, wenn man keinen Motor hört und diese Art zu reisen ist traumhaft schön. Das ist ja auch das, was viele Leute zur Entspannung mal brauchen und nutzen. Die reden ja noch Jahre davon, wenn sie mal einen Sommertörn mitgemacht haben. Es ist entspannt, es ist ruhig. Das ist ja Wasser und Wind, das kann man ja nur mit so einer Segeljagd machen. Die Pegasus ist von der deutschen Sehberufsgenossenschaft abgenommen und besitzt das staatliche Schiffssicherheitszeugnis. Das stehende Gut wird alle fünf Jahre prophylaktisch erneuert. Satelliten-Seenot-System und aktiver Radartransponder gehören ebenso zum Sicherheitssystem wie Funkgerät mit DSC-Controller, AIS- und NAVTEX-Empfänger. Man wird beim Segeln eingesetzt nach Wunsch und Bedarf und Fähigkeiten. Sicherheit steht an erster Stelle. Die Benutzung der Sicherheitsleine ist selbstverständlich. Wind und Wellen spüren und genießen. Wir segeln in den schönsten Revieren der Welt. Wir haben über eine Million Seemeilen zurückgelegt, haben 90 Mal Kap Horn umrundet, haben 15 Mal in der Antarktis und haben bald die 50. Atlantiküberquerung, die steht nächstes Jahr an. Urlaubs- und Ausbildungsturns, Schwerwetter- und Skippertrainingsturns – bei Segelreisen Hering wird alles angeboten und das mit eigenen oder exklusiv vertretenen Yachten. Bundesverband- ztschwerwetter- Vielen Dank.